Sag mal, warum hast du eigentlich zehn Jahre nichts von dir hören lassen? Dass du das jetzt bist? Hattest du dir einen besseren Moment vorgestellt? Einen anderen vielleicht? Das ist doch nichts, was man einfach mal so, was, was ich einfach mal so, jetzt hier so, findest du, dass ich jetzt, jetzt hier erklären muss, warum... Du hast doch bestimmt heute drüber nachgedacht. Ja. Aber vielleicht wird's erst mal erzählen, warum du weggegangen bist. Du weißt genau, warum ich weggegangen bin. Ach ja? Ja. Eine kleine Erklärung schadet manchmal nicht. Ja, und was dann? Wenn ich es erkläre, was dann? Und wenn ich sage, dass es mir leid tut, macht das was aus? Manchmal ist es schön, hinterher Recht zu bekommen. Reue ist doch nicht dasselbe wie Recht bekommen. Guck mal eine Ahnung. Du hast anscheinend wirklich drüber nachgedacht. Vielen Dank.